Hallo und herzlich willkommen zurück bei Baldur's Gate 3. Ich habe mich jetzt erfolgreich damit abgefunden, dass ich falsch geantwortet habe und es ist auch scheiße, aber es muss halt sein. Hier ist sie. Ne, warte mal. Hä? Habe ich jetzt noch nicht mal mehr Ton oder wie sieht die ganze Sache jetzt hier aus? Hä? Hä? Hätte ich nur den doofen Haien angegriffen. Irgendwie fehlt ein Stück Ton oder? Ja. Ja, das hat wohl nichts gebracht jetzt hier. Ich fand sie eigentlich echt, äh, ja. Ah, doch. Oh, jetzt hört's aber auf. Ist er tot hier? Komm ich bis dahin? Ja. Ah, na, das ist, äh, ich glaube, ich krieg eine schlechte Yelp-Bewertung. Aua. Hä? Hä? Dann machen wir eben halt Rasen und Wurf, aber ich weiß nicht was ich werfen soll. Ob ich ein Stein oder so? Oder irgendwas, wo ich ganz viel hab? Hm. Ja, das ist jetzt kacke. Ach Gott, ey. Leute, ich wollte einmal in meinem ganzen Leben. Schattenherz, das war ganz große Kacke grad. Ich muss mich bei dir ausheulen. Ich hoffe, du hättest, du kommst, Chad. Was brauchst du? No, es tröste mich. Aber, geh auf. Wie geht es euch? Ja. 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 Ihr kommt mir in letzter Zeit abgelenkt vor. Ich will nicht, dass wir uns voneinander entfernen. Okay. Damit gebe ich mich, äh, zufrieden. Wo ist denn unsere Kiste? Unsere Reisekiste? Habt ihr keine Lust? Was ist mit euch los? Hey, jetzt mal im Ernst, wo ist unsere Kiste? Haben wir hier keine Kiste dabei? Heißt die nicht Reisekiste, wie sie immer dabei haben? Da kann ich doch gar nicht die ganzen Goblins ausräubern. Hm. Kratzer. Kratzer. Ich hoffe, du stehst gut, Freund. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich suche eine Reisekiste. Hm. Keine Kiste da. Dann... Ich bin auch irgendwie die Einzige, die hier lagert. Äh? Okay. Aber jetzt. Wo ist meine Kiste? Nicht so, nee. Okay. Den anderen mit dem reden wir gar nicht. Ah. Jetzt marschieren sie alle zu ihrem Dingsbums hin. Ich glaube, wir gehen direkt. Die haben eh nichts zu sagen. Will jemand was von euch zu mir sagen? Nein? Okay. Kratzer. Wir gehen. Mom release,止 monkey. Ich hab mal das ein. Ich habe hier keine Kiste. Okay, ich helfe nicht. Okay. Wann wenn ich zum Ehrer oder auch nicht schwing? Vielleicht haben ja nicht alle mitgekriegt, was wir gemacht haben. Verdammt doch. Ich mache erst mal zu hier. Okay, wir gehen uns das hier mal angucken. Wo sind die ominöse Droh? Oh. Oh. Alles leergeräumt einfach. Okay, äh, ja. Hä, hier komme ich nicht weiter. Okay, gibt es hier irgendwo was? Wir sind noch nicht überladen. Das ist schon mal sehr schön. Aber wir können es halt die anderen auch nicht ausräubern, weil... Sonst sehen die uns ja. Ich komme hier nicht weiter. Ich hänge. Jetzt habe ich mich mit der verflecken lassen. Okay, wir müssen hier wieder raus. Da drüben ein Tor. Oh. Ach, hier konnten wir auch noch hin. Oh. Oh. Schau mal, da ist ein Schraub. Was ein Dane. Praise his ever-bleeding axe. Praise his throne of flaming iron. Praise Maglubbiet. You know, Maglubbiet. A tyrannical deity who treats his goblinoid followers as slaves. Trying to interrupt my prayers? Scared of a real god? You're as gumless as the rest of them. Warum hat man euch in einen Käfig gesperrt? Because I'm loyal to Maglubbiet. Because I ain't having my head turned by some upstart god. Ihr meint vermutlich die absolute. My old tribe's fallen for this sight. Traitorous bastards. The great absolute brings us together. Drow and gnolls and goblins all braiding one another's ear. It's a load of sight. Ihr wollt nicht, dass eure Leute Umgang mit Fremden haben? I'm talking to you, ain't I? Okay, wir befreien dich. Okay, wir befreien dich. Er scheint mir auch sehr nett zu sein. Ich denke auch. So, du bist frei. Bitteschön. Ja. Der war sehr nett. Wenigstens den durfte ich beschützen. Oh oh. Oh. Hm. Wen hab ich denn gerade? Fliethoff Fund. Ach, er. Duft. 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 Okay. So, sie müssen wir uns erstmal hier wegkriegen. I will ascend, taking position. Na, komm. Nein, Fehlschlag. Was soll das? Du hast gefälligst Angst. Oh, wenigstens das hat funktioniert. Jetzt habe ich wieder keinen Händler, aber wir haben ja noch unseren anderen Hopgoblin-Händler. Der genauso aussieht. Was ist das denn hier? Weiß die Ratte irgendwas? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, das hat sie also gesagt. Interessant. Ja, wir leben in interessanten Zeiten. Wir haben den anderen befreit. Finde ich an sich sehr cool, muss ich sagen. Hier ist, gibt es hier was? Nein, warum gibt es ja nicht? Ich habe gehofft, hier ist ein Schatz oder so. Was haben wir denn hier? Ach, Spinnis. Gucken wir mal, was hier los ist. Oh. Oh. Gf alle wohl sind. Die Unterschiede sagen muss man. Anhalts entstehen über Sorry. Mmh vaya, ich kann es tun, was, gehtチャ sortir nicht. Ot Unfohnya, der mit uns dahinter ist. Ein Handik. Es entspricht nicht – Da hinten ist die Droh. Au! Ihr seid das, oder? Keine Kreatur. Keine Kreatur. Keine Kreatur. Keine Kreatur. Keine Kreatur. Könnt ihr bitte hochkommen? Es ist voll weit. Was haben wir hier? Kolossaler Ansturm. Keine Kreatur. 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 Ich habe ein bisschen Angst vor der... Ja. Ich hätte vielleicht erst mit allen reden sollen und dann aufhüpfig sein sollen. Hier geht es auch irgendwo hin. Rattenflüsterer. Gut. Zum Walkzwinger. Okay, wir treten eh jetzt gegenüber. Oder zumindest noch nicht jetzt. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.